Hi. Hi. Okay. Okay. Ja, heute haben wir mal ein besonderes Video für euch. Und zwar haben wir uns überlegt, wenn wir so ein bisschen länger mit dem Van unterwegs sind, dann wollen wir nicht ganz auf Sport verzichten. Und deswegen haben wir uns ein paar Übungen rausgesucht, die man easy mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Und der Van, der wird auch mit einbezogen, weil man kann daran echt ganz gute Übungen machen. Und das zeigen wir euch jetzt. Werden hochheben. Los geht's. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have these sacred stones. Oh, this is your crazy mother. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. und zum Tinken. Fertig. 15 Minuten Workouts, kriegt man eigentlich überall hin. Wir haben das auch schon teilweise in Schottland gemacht, bei schlechtem Wetter. War natürlich alles viel kürzer, weil wir sehr viel wandern gegangen sind. Aber was wir eigentlich damit zeigen wollten, dass man unterwegs im Van auf jeden Fall immer Sport machen kann, gerade mit dem eigenen Körpergewicht oder mit dem Partnergewicht, wie das hier, habe ich nicht hinbekommen. Wir haben gestern schon sehr viel trainiert und meine Beine sind FMA. Und ach so, ein Tipp, bitte schaut von uns nichts ab, außer vielleicht die Übung. Die richtige Ausführung solltet ihr selbst irgendwie herausfinden. Wir sind keine Fitnessinstructor, wir sind keine Fitnesstrainer und wir haben nur die geringe Erfahrung mit Fitnessstudio gemacht in den letzten sechs Jahren. Das heißt, das ist schon viel, oder? Ja, aber jetzt mit dem eigenen Körpergewicht das Training, meinen wir. Ja. Hey Gerd! Hey Gerd! geh, ey Gerd! Hush! D туда! an срав jedoch